In diesem Video geht es um unser Lieblingsgerät, nämlich den Treiber. Und zwar habe ich für dich ein paar ganz tolle Tipps und Tricks, die dir helfen werden, ihn länger und gerade und konstanter zu schlagen. Wenn du dich schon einmal mit dem Treiberschlag beschäftigt hast, dann wird es dir nicht entgangen sein, dass der Ball beim Treiber näher beim vorderen Fuß liegt. Ich habe ja schon in vielen Videos darüber gesprochen, dass ich es ganz gern habe, dass der gegenüberliegt von dem Innenriss des linken Fußes. Und das ist etwas, was man natürlich immer wieder kontrollieren soll. Jedoch sehe ich immer wieder, obwohl das richtig gemacht wird, dass ein fataler Fehler gemacht wird. Und zwar, nachdem der Ball ja relativ weit links im Stand ist, ist das ja doch eine Position, die für uns Golfer sehr, sehr ungewohnt ist, weil wir haben den Ball ja normalerweise weiter rechts liegen. Und jetzt beginnen wir mit dem ganzen Körper ja so hinzulangen zu dem Ball. Du siehst jetzt, dass ich quasi meinen ganzen Körper mehr in diese Richtung öffne. Jetzt ist meine linke Schulter viel zu tief, meine rechte Schulter viel zu hoch. Ich bin ganz verdreht. Und das Problem bei der Sache ist jetzt, dass ich wohl aus dieser Position eher dazu neigen werde, von außen auf den Ball zu kommen, steil auf den Ball zu kommen. Und dass ich Probleme haben werde, den Ball schön in der Aufwärtsbewegung zu treffen, um diese extra Meter abzuholen, die ich ja gratis bekommen könnte, würde ich ja jetzt richtig machen. Daher möchte ich, dass du etwas probierst. Und zwar, wenn du jetzt die richtige Ballposition hast, möchte ich, dass du jetzt dir vorstellst, dass ein Ball ungefähr 10 bis 15 Zentimeter weiter rechts davon aufgetaillt ist. Ein imaginärer Ball sozusagen. Und dass ich jetzt quasi mich nach diesem Ball orientiere. Jetzt siehst du auf einmal, dass meine Schultern zum Ziel zeigen, meine Hüften zum Ziel zeigen. Ich habe kein Bedürfnis, in diese Richtung zu langen. Das heißt, im Setup stört es mich überhaupt nicht, wenn man das Gefühl hat, man richtet sich nach einem imaginären Ball aus. Und es stört mich auch nicht, wenn ich diesen imaginären Ball wegnehme und tatsächlich hier anspreche. Es hat keiner gesagt, dass ich hier ansprechen muss. Im Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Hobbygolfern zuschaue und sie legen den Schlägerkopf direkt hinter dem Ball, dass sie ohnehin eine Kerze schlagen werden. Das heißt, den Ball unterschlagen werden, zu weit oben auf der Schlagfläche treffen. Und sobald ich sie in diese imaginäre Position von diesem imaginären Ball zurückbewege, tun sie sich leichter, besser auf der Schwungbahn zu schwingen, den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Also, bitte unbedingt probieren. Nicht hier ansprechen, sondern hier. Da gibt es zum Beispiel auch den Mo Norman, weil ich letztens ein Video über Bryson DeChambeau gepostet habe. Hier oben kannst du nochmal das Video übrigens anschauen über Bryson. Und da hat der hat seinen Mentor Mo Norman quasi kopiert, kann man sagen. Und der hat hier immer hier begonnen. Das hat er deswegen gemacht, damit er von hier bis hier keinen Fehler macht. Also kein Problem, wenn du hier anfängst und von hier Bälle schlägst. Ich bin überzeugt, dass das wahrscheinlich neun von zehn von euch wahnsinnig helfen wird. Jetzt könntest du natürlich, nachdem du diesen imaginären Ball hier rechts hast, im Schwung auch noch etwas zerstören. Und zwar, indem du wieder versucht, im Schwung wieder zu diesem Ball hinzulangen. Was meine ich damit? Der Grund, warum der Ball ja links liegt im Stand, ist ja der, weil ich ja hier irgendwo einen tiefsten Punkt habe in meinem Schwungbogen. Und jetzt möchte ich den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Habe ich das Gefühl, ich möchte eben wieder direkt zum Ball hinkommen, beginne ich das wieder zu zerstören, komme von außen, werde es leicht schlagen und die Bälle unterschlagen. Daher stört es mich nicht, auch beim Schwung sich diesen imaginären Ball vorzustellen. Und zwar möchte ich, wenn ich jetzt hier angesprochen habe, möchte ich versuchen, dass ich den imaginären Ball schlage und dann quasi den Ball links davon, den echten Ball, so mitnehme in der Aufwärtsbewegung. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute visuelle Vorstellung für einen Treiberschlag, da eben die meisten glauben, sie müssen jetzt irgendwie nach vorne kommen hier. Nein, stelle ich hin, mache deinen Schwung auf den imaginären Ball, versuche diesen Ball hier zu schlagen und jetzt kannst du hier den Ball schön aufwärts treffen. Ja, und wenn dir das jetzt gelingt, diese Vorstellung von diesem imaginären Ball ansprechen und aufwärts schwingen, dann kannst du natürlich jetzt dir auch erlauben, den Ball höher aufzuteen. Und das mache ich jetzt mal hier, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher. Warum? Weil, wenn ich jetzt nämlich wirklich den Schwungbogen von unten nach oben habe, dann brauche ich etwas tiefer Höhe, damit ich den Ball hier in der Schlagfläche treffe und nicht dann zu weit unten treffe. Ja, weil würde der Ball nämlich zu tief aufgeteet sein. So zum Beispiel. Und ich würde jetzt ihn aufwärts treffen, dann würde ich ihn zu weit unten auf der Schlagfläche treffen und das wären ganz, ganz miese Kontakte. Also aufpassen auch auf die Aufziehhöhe. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Fehler, den ich bei Hobbygolfern sehe. Und zwar, wenn Sie im Setup sind, sehe ich sehr, sehr häufig, dass die Schlagfläche nach innen gedreht ist, also geschlossen ist. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich glaube, das ist etwas, was viele aus ihrer Anfangszeit haben, als sie noch Slicer waren. Oder wenn man Slicer ist, macht man gerne den Steherkopf ein bisschen zu. Auf alle Fälle, wenn du einen Drau schlagen willst, muss die Schlagfläche ja theoretisch ein klein wenig rechts vom Ziel zeigen, weil dort ungefähr wird der Ball hin starten und die Schwungbahn, die von innen geht, gibt dann den Ball den Drau mit. Das heißt, eigentlich die Vorstellung, eine geschlossene Schlagfläche zu haben im Treffmoment, ist keine gute und auch diese eben so hinzulegen, ist auch keine. Gerade dadurch provoziere ich ja, dass der Schläger sich wieder öffnen möchte im Schlag. Also keine gute Idee. Das heißt, bitte achte wirklich auch darauf, dass du die Schlagfläche nicht nach links verkantet hast, sondern dass die Schlagfläche gerade zum Ziel zeigt oder sogar ein klein wenig rechts. Aber jetzt kommt, mit dem Ganzen, was ich gerade mit dir vorgemacht habe, weil mit diesem imaginären Ball kannst du dich jetzt selber austricksen. Und zwar, wenn du jetzt dir vorstellst, einen Schwungbogen, dann wirst du sehen, dass jetzt hier die Schlagfläche sich durch die natürliche Bewegung der Sache an sich öffnet. Der Schläger öffnet sich, du kannst die Schlagfläche sehen. Du siehst nicht, dass ich so schwinge, das gibt es nicht. Es öffnet sich und je mehr ich aufschwinge, desto mehr ist er offen. Das heißt, wenn ich jetzt mir diesen imaginären Ball hier weiter rechts vorstelle und ich gehe jetzt hierher, wäre es natürlich, dass die Schlagfläche bereits ein wenig nach rechts zeigt. Einfach, weil das dann natürlicher Schwungbogen ist. Das heißt, wenn du dich jetzt hinstellst, den Ball links hast und jetzt auf den imaginären Ball ansprichst, dann möchtest du eigentlich, dass die Schlagfläche jetzt schon nach rechts zeigt. Jetzt ist gerade, jetzt zeigt es nach rechts. Würde ich ansprechen, wie der Mon Norman früher angesprochen hat, als er noch lebte, dann wirst du hier sehr viel von der Schlagfläche sehen. Also im Prinzip möchtest du, je weiter rechts du bist, desto offener die Schlagfläche haben. In dem Fall wird es reichen, wenn es so ist. Und so kannst du dann auch den Ball ansprechen. Und das würde dir helfen, dass du erstens den Ball natürlich von innen triffst, mehr aufwärts und auch einen perfekten Droh machst. Und das zeige ich dir jetzt vor. Also, Ball ist weiter links. Ich stelle mir den imaginären Ball vor, Schlagfläche öffnet sich. Ich konzentriere mich jetzt auf diese Stelle, dass ich den hier aufwärts treffen will. Und dann mache ich einen guten, rhythmischen, kräftigen Schwung. Jetzt wäre der perfekte Moment, dass du auch dieses Video hier anschaust. Hier geht es um die Basics des Drivers. Ein sehr, sehr spannendes Video. Ich habe es auch unten in den Kommentaren verlinkt, beziehungsweise auch in der Beschreibung, falls du das nicht sehen kannst hier. Also, bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss. Musik